Hallo liebe Freunde, heute machen wir wieder ein Can-Ball-Rennen. Ich begrüße alle und zwar den Darius, den McVoytech09, den Red Bull Sieger1, den String-Zerstörer und den Champ natürlich. Und wir machen heute ein richtig, richtig geiles Can-Ball-Rennen wieder. Ich würde sagen, gar nicht lang schnacken, komm in den Nacken und ich zähle langsam runter und dann geht's los, würde ich sagen. Also, drei, zwei, eins, los! Oh! Ich hatte... Ey, bist du, Brücke, da schummelt schon wieder einer von euch. Ja, ich hab's gesehen, das fern wir. Ja, das ist jetzt so früh. Frechheit! Ja, gleich weg, Bämst du mir! Hör, hol ich an hier, hier! Oh, oh, Thomas, was glaubt, mein Freund? Das war wieder ultimativ. Scheiße! Alter, wir ja gleich abhauen, ja, das ist auch kein Wunder, dass der jetzt... Was hat der denn schon wieder für eine Krähe unterm Arsch, die Scheiße? Der hat ja extra Gas weggenommen, weil ich zu früh gedreht hatte. Ja, 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 hab ich auch gesagt. Ja, Quatsch, ey. Oh, Gott, es will, ich raf hier aber weg. Eie, oh! Aber Keno, man muss es auch kontrollieren können. Keno, fährst du hin, Alter? Ja, ich... Keine Ahnung, ich hab mich getentert. Also, scheiße, 361 ist das Ende. Nein! Oh, nein! Oh, mein Gott, das gibt... Ich muss mich echt konzentrieren jetzt. Ich bin nur noch vorstags, der Vorstags-Sex gewohnt gerade, ey. Guck mal, hier, da kommt der Champ wieder an, hier, die blöde Sau. Komm, hau ab, da! Scheiße, scheiße, scheiße! Nein! Oh, ich bin so weg, komm. Äh, Reutek. Jetzt bin ich echt auf Plätzen, oder was? Scheint so, aber vielleicht... Nicht mehr lang nicht, nicht mehr lang nicht. Oh, da spawnen direkt ein Auto vor mir. So eine wilde Hilde. Ah, scheiße! Scheißverkehr auch, Alter. Kein Bullsieger, kommt auch von hinten angeperzt. Ja, die haben jetzt alle so langsam... Die haben gehört, dass sie losfahren dürfen. Ich komm wieder ran, die sind alle so nahmarschig hier. Guck dir das mal an, da, da ist es dringend. Boah! Alter, der Verkehr. Ey, sag mal, was machst du für den Verkehr? Keine Ahnung, ey, das ist total komisch heute. Ja, ziemlich. Ich fahr ja schon fast rechts hier komplett. So, den Thomas macht jetzt hier überholt. Ja, warte mal ab. Na ja. Du musst mich bloß konzentrieren. Wann machst du denn da Vollbremsung da immer, ey? Boah! Alter! Nein! Nein! Wie immer. Oh! Oh, da hat einer den... ...Blitzer abrasiert. Ja, das war ich. Ich hab kein Geld mehr. Oh, oh, oh. No, mani, no, fahre. Ne, gib mir das, da bin ich was dir. Der Toni ist ganz ruhig. Der Toni ist am Atmen, der hat Schnappatmung. Oh, Willis, bin ich drüber immer auf X, ja? Oh, baby, baby. Thomas, ist in der Kamil oder was? Ja, noch. Wundert mich. Jung, jung, jung. Wo ist ein N-N-A? Ja, N-N-A, ich siege für dich heute. Boah. Ich hab sie das Gefühl, dass ich hinten liege hier, wo aber... Na hin! Ey, sag mal, wieso bleib ich an dieser Scheiße jetzt hängen? Das kann doch wohl nicht... Und dreh noch. Ja, dreh dich noch. Autonomal. Ich komm schon wieder an der Red Bull vorbei. Unfassbar. Da fährt schon wieder an der Red Bull vorbei, ja? Ich dachte, der fliegt nur. Wer ist denn da ganz vorne am Farb? Red Bull verleiht... ...Gummis. Oh. Ne. Ja, ich hab den Überblick verloren, wer wo... Aber Toni fährt ja hier ganz gut, ne? Mit seinem... Oh, 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 oh. Bääääääh. Na dann Toni, der ist knallhart. Der ist so knallhart, der Typ. Toni ist so härtet. Tobi ist so härtet. Hörter 6, ne? Knallhart, die Sau. Toni ist so härtet. Das kann doch nicht wahr sein. Wo bleibst du denn? Ja, wo bleib ich denn? Ich bin, Kinder. Wo bleibst du denn, der Kaffee? Wir waren schon, alle. Reifen sind schon aufgekühlt. Oh, da kommen sie. freunde das war wieder kennen wohl nächste woche findet ihr neu kennen wollen start und schaltet auf jeden fall auch wieder ein bis zum nächsten mal und tschüss ja hallo und herzlich willkommen zu let's play alien isolation hallo und herzlich willkommen zur allerersten folge von der vanishing of eastern karte super dann wünsche ich erstmal einen wunderschönen bonjourno alle miteinander mein name ist baumzweig und wir spielen heute